Wieso solltet ihr eigentlich auf Aktien setzen? Nur weil da in der Vergangenheit mal 4 oder 7 oder 10 Prozent pro Jahr drin waren? Oder aus lauter Verzweiflung, weil es sonst nämlich keine Zinsen mehr gibt? Nee, da steckt schon mehr dahinter. Warum Aktien, Achtung, langfristig steigen und eine hohe Rendite erbringen, das erkläre ich euch in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip, viel Spaß dabei. Einerseits ist es schon wichtig, dass ihr vor Augen habt, wie sich Aktien historisch entwickelt haben, was für Renditen ihr damit machen konntet. Deshalb wiederhole ich es ja noch mal. Der weltweite Aktienindex MSCI World umfasst ca. 1600 der größten Aktiengesellschaften der Welt. In Zeiträumen von 15 Jahren habt ihr, wenn ihr in den MSCI World investiert, noch nie Verlust gemacht. Auch nicht im schlechtesten Zeitraum von 2000 bis 2015, der nämlich zwei große Börsenkrisen umfasst. Selbst da hättet ihr noch 1,3 Prozent pro Jahr gemacht, nach 15 Jahren. Und im Schnitt über alle Zeiträume seit 1975 ca. 7 Prozent pro Jahr. Jetzt kommt aber von euch die durchaus berechtigte Frage, ob das auch in Zukunft so sein wird. Wie sich also Aktien in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden? Ob das alles so weiter funktionieren kann? Darauf habe ich heute für euch eine ganz allgemeine Antwort. Da reden wir immer über internationale Aktien in der breiten Masse. Und in diese breite Masse sollt ihr ja per ETF investieren. Wenn ihr eine Aktie besitzt, dann seid ihr bekanntlich Eigentümer, Besitzer eines Unternehmens. Zu einem ganz kleinen Teil, eine Aktiengesellschaft. Und zu diesem kleinen Teil seid ihr dann nämlich auch Unternehmer und tragt auch das Risiko eines Unternehmers. Bedeutet, das Risiko besteht darin, dass die Aktie eben ordentlich schwankt, nach oben und nach unten. Und bei einzelnen Aktien tragt ihr sogar das Risiko, dass euer Geld wertlos wird, nämlich dass die Aktie wertlos wird. Pleite oder Bankrott des jeweiligen Unternehmens. Jetzt gibt es eine alte Regel. Ohne Risiken auch keine Chancen. Dafür, dass ihr das Risiko mit einer Aktie eingeht, also dieses Auf und Ab mitmacht, dafür solltet ihr langfristig und im Mittel auch belohnt werden. Und zwar belohnt werden mit einer höheren Rendite. Eine höheren Rendite, als wenn ihr euer Geld irgendwo risikolos auf einer Bank, auf einem Konto einfach parkt. Jetzt ist aber die Frage, wo soll eigentlich diese höhere Rendite, im Fachjargon Risikoprämie genannt, wo soll die eigentlich herkommen? Unternehmen stellen Waren und Dienstleistungen her. Und wenn wir über die Aktien des weltweiten Aktienindex MSCI World reden, sind das oft Dinge unseres täglichen Lebens, die wir tagtäglich benutzen. Handys von Apple, Schuhe von Adidas, Windeln von Pampers und die Suchmaschine Google. Für alle diese Dinge müssen wir als Kunden am Ende mehr Geld bezahlen, als was es das Unternehmen kostet, diese Dinge herzustellen. Warum? Naja, weil das Unternehmen ja einen Gewinn machen muss. Weil es sonst ja für den Unternehmer keinen Anreiz gäbe, sein Unternehmen zu betreiben. Muss ja schließlich Gewinn machen. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Natürlich funktioniert das bei dem einen Unternehmen mal besser und bei dem anderen mal schlechter. Und natürlich gehen Unternehmen, große Konzerne und Aktiengesellschaften auch mal pleite. Aber in der breiten Masse funktioniert das ja. Die Weltwirtschaft, die der MSCI World ja abbildet, die bildet die Grundlage unseres täglichen Lebens. Die stellen alle diese Dinge her und machen Gewinn dabei. Denn sonst werden sie irgendwann weg vom Fenster. So, Saidi, sagt er jetzt. Gut und schön. Aber wer sagt eigentlich, dass ich als davon, von diesen Gewinnen, langfristig mehr habe, als wenn ich mein Geld relativ risikolos zur Bank trage? Also wieso sorgen diese Unternehmensgewinne dafür, dass eine höhere Rendite dabei rausspringt, als bei Zinsen, die ich von einer Bank erhalte? Dafür müsst ihr euch klar machen, dass Unternehmen und insbesondere große Konzerne wie im MSCI World ständig Kredite am Laufen haben. Die leihen sich ständig Geld und nehmen dafür bewusst in Kauf, dass sie Zinsen an die Bank bezahlen müssen. Naja, vereinfacht gesagt, weil sie damit rechnen können, dass sich das für sie lohnt. Dass sie also mit diesen Krediten so hohe Gewinne machen, dass sie die Zinsen an die Bank relativ locker zurückbezahlen können. Und mehr noch, dass sie durch den Einsatz dieser Kredite, durch Investitionen, höhere Gewinne machen würden, als wenn sie keinen Kredit aufnehmen würden. Schauen wir uns das mal an. Von je 100 Euro Kapital, mit denen ein Unternehmen wirtschaftet, sind so typischerweise 30 bis 40 Euro Eigenkapital. Das sind zum Beispiel die Aktien, die er über einen ETF besitzt. Und so circa 60 Euro, das sind Fremdkapital, also nichts anderes als geliehenes Geld. Diese 30 bis 40 Prozent Eigenkapital, die variieren aber sehr stark, je nach Branche und Firmenkultur. Mal ein paar Beispiele. Toyota hatte 2018, 2019 37 Prozent Eigenkapital. Apple dagegen nur in Anführungszeichen 27 Prozent. Procter & Gamble, der Hersteller von Gillette und Pampers, 40 Prozent. Extrembeispiele sind zum Beispiel Samsung mit 71 Prozent Eigenkapital oder die Allianz mit nur in Anführungszeichen 6,6 Prozent. Das ist aber ein total durchschnittlicher Wert für Banken und Versicherungen. Was hat jetzt die Rendite von Aktien, um die es uns ja eigentlich geht, mit diesem Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital, also zu geliehenem Geld zu tun? Mal ein Beispiel. Sagen wir, eine Firma erwirtschaftet auf je 100 Euro, mit denen sie wirtschaftet, 5 Euro Gewinn. Das wären also 5 Prozent Gewinn. Und von diesen 100 Euro, mit denen sie wirtschaftet, da sind eben 30 Euro Eigenkapital und 70 Prozent Fremdkapital, geliehenes Geld. Wenn man jetzt aber die 5 Euro Gewinn nimmt und nur auf die 30 Euro Eigenkapital, also auf das eigene Geld der Firma bezieht, dann sind es nicht mehr 5 Prozent Gewinn, sondern 17 Prozent. Das ist schon eine ganz andere Nummer, eine ganz ordentliche Rendite. 17 Prozent Rendite auf das Eigenkapital. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber damit ihr mal ein Gefühl für die Dimensionen bekommt. Und von dieser Rendite, da bekommt ihr als Besitzer von Aktien, qua ETF, ja einen guten Teil ab. Wenn wir mal von den ganzen nervösen Schwankungen an der Börse, Schwankungen des Aktienkurses absehen. Die Renditen auf diese Aktien, die müssen oberhalb dessen liegen, was die Unternehmen als Zinsen auf ihre Kredite bezahlen. Weil sonst würde es sich für die Unternehmen ja eben nicht lohnen, diese Kredite überhaupt aufzunehmen. Und die Zinsen, die man ganz allgemein auf Kredite bezahlen muss, die liegen dann im Allgemeinen oberhalb der Sparzinsen. Also dessen, was wir als arme Sparer auf dem Sparbuch oder Tagesgeld und Co. bekommen. Also derzeit fast gar nichts. Und das Ganze ist dann das, was ich die Hackordnung auf dem Kapitalmarkt nenne. Die Hühnerleiter sozusagen. Ganz oben die Aktienrenditen. Größer Kreditzinsen und wiederum größer Sparzinsen. Was macht ihr also, wenn ihr auf Aktien-ETFs setzt, anstatt auf Zinsanlagen? Naja, anstatt unten auf der Leiter euch auf den Kopf kacken zu lassen, klettert ihr die Leiter nach oben. Cool, oder? Die Aktienrenditen, die Kredit- und die Sparzinsen, die verändern sich natürlich alle langfristig im Verlauf der Zeit. Und vor allen Dingen auch die Abstände zwischen ihnen. Aber langfristig gilt trotzdem die Grundregel, und das ist die wichtige Message. Die Aktienrenditen liegen oberhalb der Zinsen. Warum? Weil sich sonst im breiten Maßstab international gesehen Wirtschaften und Unternehmer sein nicht mehr lohnen würde. Aktien und ETFs zu besitzen, bedeutet zu einem kleinen Teil Unternehmer zu sein. Und beim MSCI World eben Unternehmer der Weltwirtschaft. Und als Unternehmer das Risiko mitzutragen und die Schwankungen auszuhalten. Im Vertrauen darauf, dass das eigene Geschäftsmodell funktioniert. Und in dem Fall ist das Geschäftsmodell nichts anderes als die Weltwirtschaft, die die Dinge unseres täglichen Lebens herstellt. Und damit darauf zu vertrauen, dass das dann langfristig auch belohnt wird. Fassen wir nochmal zusammen. Unternehmen bekommen für ihre Produkte mehr, als was sie diese kosten. Und diese Gewinne, die fahren sie unter anderem dadurch ein, dass sie sich Geld leihen. Und damit wiederum die Rendite auf ihr eigenes Geld, ihr nicht geliehenes Geld erhöhen. Und über eure Aktien in euren ETFs bekommt ihr einen guten Teil dieser Rendite ab. Übrigens, ein paar von euch haben gefragt, was denn eigentlich bei einer Inflation mit Aktien und ETFs passiert. Das lässt sich nach dem Vorjahrgesagten relativ leicht erklären. Inflation bedeutet ja steigende Preise. Und das bedeutet, dass viele Unternehmen, aber bei weitem nicht alle, für ihre Waren und Dienstleistungen höhere Preise verlangen können. An der Stelle sorgt Inflation also für höhere Umsätze. Aber klar, gleichzeitig kann Inflation dafür sorgen, dass die Unternehmen auch höhere Kosten haben. Zum Beispiel, weil sie höhere Gehälter bezahlen müssen. Oder weil der Einkauf für sie teurer wird. Letztendlich kann Inflation dafür sorgen, dass trotz höherem Umsatz, bei höheren Kosten, der Gewinn sich nicht verändert. Alles, was ich damit sagen will, ist, Inflation per se ist nicht unbedingt schlecht für Aktien und damit auch nicht für eure ETFs. Ein weiterer wichtiger Grund, in ETFs zu investieren, anstatt in Zinsanlagen. Aktien bieten einen gewissen Inflationsschutz. Für die Versierteren unter euch ein paar Hinweise. Natürlich haben wir hier zu Erklärungszwecken ein paar Sachen vereinfacht. Zum Beispiel ist es ja so, dass ich als Investor in ein Unternehmen, in eine Aktie, eine andere Renditeerwartung habe, je nachdem zum einen nach dem Geschäftsmodell der Firma, wie viel Risiko das beinhaltet, und vor allen Dingen auch danach, wie viel Fremdkapital in der Firma steckt. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel 90% Fremdkapital hat, dann habe ich als Investor eine ganz andere Renditeerwartung. Dagegen ist es bei familiengeführten Unternehmen oft so, dass die weniger Risiko eingehen wollen und deshalb weniger Fremdkapital aufnehmen. Entsprechend ist dann aber auch die Erwartung an die Rendite auch geringer. Und außerdem gab es lange Phasen, zum Beispiel in den 1980er Jahren, da waren die Zinsen tatsächlich höher als die Unternehmensrenditen. Aber wirklich langfristig betrachtet, haben Aktien dann doch mehr abgeworfen, als wenn ich mein Geld verliehen habe praktisch. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und schreibt uns unten bei den YouTube-Kommentaren, ob ihr jetzt verstanden habt, wie Aktien funktionieren und welche Fragen ihr dazu noch habt. Wir bei Finanzip möchten, dass ihr die richtigen Finanzentscheidungen trefft, dass ihr keine Fehler macht und dadurch eine Menge Geld spart. Wir werden euch, weil wir gemeinnützig sind, immer nur das vorschlagen, was wir selbst beim Thema Aktien auch machen würden. Mit unserem Newsletter bekommt ihr nicht immer nur unser aktuelles Video der Woche mit, sondern viele weitere Tipps und Hinweise, wie ihr Geld sparen könnt. Deshalb klickt mal links auf das Finanzdip-Logo und meldet euch zu unserem Newsletter an. Vielen Dank für heute, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.